Deshalb gehe ich nie gemeinsam mit meiner Frau und duschen. Bei dieser Temperatur dusche ich. Bis hier duschen normale Menschen. Hier duscht Lisa, hier brät man Schnitzel. Jetzt brät man bei 70 Grad kein Schnitzel. Und zweitens, ich liebe Schnitzel, was hast du für ein Problem? Ich bin kein Schnitzel!